Die beiden steigen auf und haben viel Spaß. Das ist schön. Genauso haben wir uns das gewünscht. So ein anderer ist auch im Moment am Aufsteigen oder ist aufgestiegen und zwar karrieremäßig. Er ist wirklich ein ausgezeichneter Superstar. Ausgezeichnet deshalb, weil er gerade kürzlich geehrt wurde mit dem Klassikecho. Und Superstar deswegen, weil er sein Instrument nicht nur besser beherrscht als viele, viele andere, sondern weil er es auch geschafft hat, in relativ kurzer Zeit die Herzen vieler, vieler Fans zu erobern. Dass bei diesen Fans ein paar mehr Frauen sind als Männer. Ich glaube, das stört einen sowas von überhaupt gar nicht. Er ist der Paganini des neuen Jahrtausends und im Guinness Buch der Rekorde ist er aufgeführt als der schnellste Geiger der Welt. Und heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, David Garrett. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.